Hygiene und Sicherheit ist das oberste Gebot in einer Klinik. Dieses Gebot ist unsere Triebfeder für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Bewährte Produkte im Klinikalltag weiterentwickeln, neues Wissen mit vorhandenem Know-how zu kombinieren und neue Produkte zu schaffen, hat Meise zu einem renommierten Hersteller von qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Medizinprodukten reifen lassen. Produkte von Meise Medizintechnik sind aus dem Klinikalltag nicht mehr wegzudenken. Begonnen hat im sauerländischen Schaltsmühle alles im Jahre 1983 mit der Herstellung von Blutschlauchsystemen für die Dialyse. Seitdem hat sich das Produkt- und Dienstleistungsspektrum von Meise stetig weiterentwickelt. Aktuell stellt es sich mit drei Schwerpunkten dar. Der Herstellung von Dialyse-Schlauchsystemen, der Fertigung von Transfusions- und Plasmasammelbehältnissen sowie der Sterilisation. Zum Kundenkreis gehören Kliniken, Krankenhäuser, Dialysezentren und Blutspendeeinrichtungen. Mit modernsten Produktionstechnologien fertigen wir jährlich mehrere Kilometer Blutschlauchsysteme für die Hämodialyse. In einem modernen Reihenraum wird nach einem fertigungsoptimierten System das Material konfektioniert und verpackt. Die Sterilisation erfolgt mit dem Steriplas 3000 von Meise. Eingesetzt wird von uns die Niedrig-Temperatur-Plasma- Sterilisation, einem ökologisch unbedenklichen und besonders schonenden Verfahren. Nach der Fertigstellung werden die Systeme in Kartonagen verpackt und direkt an den Kunden geschickt oder im hauseigenen Lager vorgehalten. Meise bietet seinen Kunden ein komplettes Sortiment für die Hämodialyse. Dialysatoren, Kanülen, Lösungen sowie Zubehör. Sammelbehälter für Blutplasma werden bei uns in verschiedenen Ausführungen gefertigt. Auch bei diesen Produkten haben wir abermals unsere Innovationsfreudigkeit eingebracht. Ein patentierter Deckeldrehverschluss sorgt dafür, dass die angeschweißten Schlauchenden optimal geschützt sind. Kleine Effekte mit nachhaltiger Wirkung. Neben den Flaschenbehältnissen werden in dieser Spate zudem Transferbeutel produziert. Schonend und wirtschaftlich sterilisieren. Das gelingt Meise mit dem Steriplas 3000, dem aktuell größten Plasma-Sterilisator der Welt. Die Kammergröße von 3000 Litern Inhalt gestaltet das schonende Verfahren der Kalbvernichtung durch den Einsatz von Wasserstoffperoxid auch ökonomisch sehr effizient. Das Sterilgut wird in die Sterilisationskammer eingebracht und verbleibt dort bis zu 90 Minuten lang. Danach stehen die Artikel fertig sterilisiert zur Auslieferung bereit. Die Vorteile? Keine Verformung oder Verfärbung von Kunststoffen. Bestens geeignet für thermolabile Kunststoffe. Es besteht keine Korrosionsgefahr. Das Verfahren erfolgt auf trockener Basis. Das Sterilisationsgut wird schonend behandelt. Das Verfahren ist absolut umweltverträglich. Neben den drei Kompetenzschwerpunkten entstehen meist in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken immer wieder neue Produkte, die alles eines gemeinsam haben. Im Markt befindliche Produkte werden von Meise technisch optimiert oder bieten unseren Kunden wirtschaftliche Vorteile. Mit unseren Systementwicklungen setzen wir immer wieder Standards in der Medizinbranche. Unser umfangreiches Engagement und unsere Entwicklungskompetenzen für Medizinprodukte werden europaweit von Kliniken geschätzt. Der Einsatz von validierten Prozessen sowie der zertifizierten Fertigung von Medizinprodukten macht uns zu einem gefragten und geschätzten Partner. Die Verantwortung, die wir für unsere Arbeit übernehmen, sorgt für die gewünschte Nähe zu unseren Kunden. Meise – dem Leben verpflichtet.